Jetzt sind wir im Level 14 in der Welt Liberty Island. Wir haben zwei Züge. Ich fange erstmal an und nehme die Pappkiste hier, die rechts, die hier. Zieh sie ein nach rechts. Den letzten Zug seht ihr glaube ich. Ihr könnt euch auch suchen welche Metallkiste. Ich nehme die obere. Und zack sind wir im Level 15. Das zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin macht's gut. Ciao.